Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sankt Andreas' Nowenengebet Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete, gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau Maria in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht In Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Sei gegrüßt und gesegnet sei die Stunde und der Augenblick, in denen der Sohn Gottes von einer reinsten Jungfrau in einem Stall um Mitternacht in Bethlehem, in der durchdringenden Kälte geboren wurde. Zu dieser Stunde flehe ich dich an, höre meine Gebete und gewähre meine Wünsche. Erwähnen Sie hier Ihre Absichten. Durch Jesus Christus und seine seligste Mutter. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb uns allen deinen Segen gib. Amen.